Was geht, Freunde? Und herzlich willkommen zur 15. Folge von FIFA 17 Simulation Karriere mit Leicester City. Und ja, Freunde, bevor die Folge beginnt, Freunde, wollte ich mich mal erstmal bedanken für die 3000 Abonnenten. Meine Güte, es geht so schnell momentan. Ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir erst die 2000 geknackt und jetzt einfach die 3000 schon. Das geht einfach mega schnell und dafür wollte ich mich mega bedanken. Einfach, das ist einfach nur zu krass. Und die letzte Folge hatte auch über 100 Likes wieder. Also, boah, das geht einfach nur dann krass ab auf diesem Kanal. Muss man einfach gesagt haben, ja. Und ja, ich will mal sagen, wir beginnen jetzt auch hier. Also ihr seht schon, unsere Aufstellung ist schon krass. Also wir haben jetzt schon eine krasse Mannschaft, Freunde. Also kann man sagen, was man will. Eigentlich Amade ist noch in der Bank. Memphis, D.Pay. Und das ist einfach nur krass, was eine krasse Mannschaft, wie wir ja geformt haben, kann man sagen. Und ja, ich muss auch schauen. Also momentan sind ja eigentlich zwei neue Projekte im Kanal. Also Fußballmanager 2017 und die World League, also die World League haben wir auch noch. Deswegen muss ich einfach mal schauen, ob ich alles bringen kann. Also ich muss auch schon. Also ich habe ja eigentlich noch vor, eine Pause zu machen. Und wenn überhaupt muss ich schauen, wann und wie lange das sein wird. Also ich weiß noch nicht. Also ich werde euch dann auf jeden Fall noch sagen. Und ja, viele schreiben auch in die Kommentare. Ich soll keine Pause machen. Ich muss einfach mal schauen, Freunde. Also momentan läuft es ja mehr als gut, kann man sagen. Messi trifft zum Rest. Perfekt, ey. Ey, wir dürfen nicht rausfliegen. Aber nächster Saison haben wir ja Courtois am Tor. Das ist natürlich noch besser dann als Bekovic. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier weiterkommen werden. Der ist auch 2-0, ja. Es sieht wirklich danach aus, als ob wir rausfliegen hier. Warte mal, ich überspringe auf 3. 1, 2, 3 und 2-0 verloren, ja. Also wir müssen auf jeden Fall im Camp Nudern 3-0 gewinnen. Und das wäre einfach zu krass. Also diese Folge auf jeden Fall das große Saisonfinale, kann man sagen, hier. Also wir versuchen auch mal ein bisschen zu trainieren und alles dann. Und nächste Saison versuchen wir mal einen Hammertransfer mal zu machen. Also bisher haben wir ja eigentlich gar keinen richtig heftigen Transfer gemacht, kann man sagen, ne. Also so heftige Spieler haben wir bisher noch nicht verpflichtet. Also so nur Talente. Aber wir müssen mal schauen, ob das vielleicht mal mit Neymar oder so verpflichtet. Keine Ahnung, Freunde. Also einfach mal einen heftigen Spieler oder so. Und ja, ich habe auch in letzter Folge, glaube ich, gefragt, also irgendeine Folge habe ich auch auf jeden Fall gefragt, hier, wie ihr mein Mikrofon so findet. Also viele haben so gesagt, das ist ein gutes Mikrofon. Also die meisten haben das auf jeden Fall gesagt, hier, haben so eine 2 Plus oder eine 3 halt gegeben. Also ich muss schauen. Also wenn es unbedingt, ja, ich finde, das wäre ein bisschen nötig, also ein neues Mikrofon, würde ich sagen. Aber ihr sagt ja nein irgendwie. Also die meisten von euch sagen, nein, ein neues Mikrofon wäre nicht nötig hier. Ich weiß nicht, Freunde. Also wenn ihr kein neues haben wollt, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen unzufrieden, also. Ja, ich weiß es einfach nicht. Ich finde, naja, ich habe immer mehr, ja, wie heißt das denn hier? Also ich will immer mehr Qualität für euch bieten hier, also. Ja, das ist einfach zu krass. Euer Support, Freunde, das ist einfach nur krank. Und ich will euch natürlich noch mehr zurückgeben dann, das ist halt so. Also ich will immer mehr Qualität bieten, Freunde, das ist auch klar. Ich muss einfach mal schauen, hier habe ich sie mir überhaupt erstmal leisten kann hier, weil eventuell so ein 100 Euro, halt ein 100 Euro Mikrofon oder so muss ich schauen, so 80 bis 100 Euro, irgendwie sowas auf jeden Fall ein gutes Mal. Also dieses hier, das ich momentan habe, hat ungefähr, das war nicht billig, ganz ehrlich, 20, 30 Euro war der nur, 20, 30 Euro, Freunde. Und ich wollte mir davor erstmal nur 80 Euro der Mikrofon holen, aber hätte sich am Anfang ja eh nicht gelohnt zum 80 Euro Mikrofon. Aber jetzt könnte sich vielleicht nun hier, weil 80 Euro, muss schauen, Freunde, so ein 80, 100 Euro Mikrofon und ein 2, 2, ey. Weil vor allem die Qualität wäre ein bisschen besser, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es viel besser wäre oder so. Also empfiehlt man irgendwelche Mikrofone dann, also Mikrofone, hier heißt das so, die Mehrzeit bestimmt, Mikrofone, in die Kommentare da, schreibt mal Mikrofone in die Kommentare, Freunde, dir. Also gute Mikrofone hier so zwischen, ich würde sagen, zwischen 70 und 120 Euro oder so. Also ich muss jetzt mal sparen dafür, das ist natürlich auch klar hier. Und ja, 3.000 Abonnenten, das ist einfach nur krank. Ich kann es immer noch nicht ganz realisieren hier, weil vor einem Monat, ne, da waren wir noch 700 Abonnenten oder so. 700! Ey, das ist einfach nur krank, Mann, ich kann es immer noch nicht fassen, Freunde. Boah, stellt euch einfach mal vor, ihr kriegt in einem Monat 3.000 Abonnenten fast. Also wir sind ja fast 3.000 in einem Monat hier. Also davor waren wir 700 und jetzt auf einmal in einem Monat hier über, ja, 2.000 Abonnenten gekriegt oder 3.000 jetzt schon fast. Das ist einfach nur mehr als krank hier. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und jetzt gegen Barcelona auswärts. Ja, wir müssen 3-0 gewinnen. Wir müssen 3-0 gewinnen, sonst fliegen wir raus. Das ist das Ding. Werden wir gewinnen oder werden wir verlieren? Das ist die Frage aller Fragen. Meine Güte, das sind die Fragen aller Fragen, ne. Oh mein Gott, Freunde. Ja, und Barcelona hat ja gegen Man City verloren, ne. 3-1 war das, glaube ich, ey, krass einfach. Ja, okay, wir fliegen doch bestimmt raus. Kommen ist hier, hat, glaube ich, einen Lattenschuss sogar gehabt gegen Man City. Das war ein mega krasses Spiel, kann man sagen. Messi 2-0, ey, ganz ehrlich, ich tippe 3-0 für Barca. 3-0, ja, 3-0. Messi trifft doppelt, ey. Zweimal durch Elfmeter getroffener Lionel Messi hier. Und wir sind raus. Insgesamt 5-0, ey. Also hin und rückspielen, 5-0 verloren insgesamt, Freunde, mit hin und rück. Meine Güte, einfach nur krank. Einfach nur krank. Und gestern gab es ja, ja, ein Tag mal Pause, ja, also ein Tag halt kein Video. Also ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Ich habe es ja schon angekündigt, dass mal ein paar Tage vielleicht keine Videos kommen werden. Also mal ein Tag Pause oder so, oder zwei Tage Pause. Ich muss auch mal schauen. Und irgendwann wird es vielleicht eine einen Monat Pause geben oder so. Ich muss schauen auf jeden Fall. Also ich muss, ja, ich werde es mir nochmal ganz in Ruhe überlegen, wie ich es machen werde hier. Und ja, am Wochenende müssen natürlich wieder viele Videos eigentlich kommen, wie, ja, die letzte Woche sind, glaube ich, am Wochenende, boah, viele Videos. Ich glaube, sieben Videos am Wochenende waren locker, oder auch sechs, sieben Videos, glaube ich. Und in der Woche kommen insgesamt vielleicht drei Videos oder so. In der Woche, also in fünf Tagen drei Videos oder so, weil ich einfach zu wenig Zeit habe oder vier Videos. Also Montag ist ja eins gekommen, Dienstag ist ja eins gekommen, Mittwoch ja nicht. Aber heute wieder eins und Freitag müsste ich eigentlich auch eins hinbekommen. Ich muss schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Freitag ein Video kommt hier. Also eigentlich, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich bin mir gerade noch nicht sicher. Also ich muss schauen auf jeden Fall. Wenn wir jetzt gegen Chelsea verlieren, ist Chelsea nicht erster sogar? Ich bin gerade überhaupt nicht sicher, wir verlieren gegen Chelsea. Ist Chelsea nicht, warte mal, ich bin gerade total durcheinander hier, ne? Und ja, Chelsea ist erster. Fuck, wir werden nicht Meister. Wir können nicht Meister, wir hätten gewinnen müssen. Nein, wir hätten unbedingt gewinnen müssen. Oh, my friends, what is this, man? Fuck, Freunde, fuck. Ey, nein, Dembelef vielleicht erreicht er noch die 86 diese Saison. Das ist eine große Frage hier. Ey, fuck, Alter. Ich kann es nicht fassen. Also ich glaube nicht, dass wir Meister werden können. Vielleicht nächste Saison, ey. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Mannschaft ein bisschen verstärken. Oder was meint ihr? Ich weiß es nicht. Aber die Mannschaft ist allein schon so vom Alter her schon krass. Also die Spieler sind alle richtig jung. Also mega jung, außer der Torwart vielleicht. Aber nächste Saison haben wir auch Tibor Courtois im Tor. Das wird auch krasser dann. Ach, das wird auf jeden Fall eine krasse Saison. Die nächste wird auf jeden Fall viel krasser. Da haben wir allein schon einen besseren Keeper. Boah, wir lagen hier gerade 1-0 hinten, ey, krass. Da lagen wir, oh mein Gott, das ist einfach nur krass. Also nächste Saison wird einfach viel kranker. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da könnten wir, glaube ich, Meister werden. Also so kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich glaube, ich mache so für die letzte Folge ein 1-Stunden-Special. Ich muss auf jeden Fall schauen hier. Ich bin hier gerade bei meiner YouTube-App. Ich gucke mal gerade hier, Freunde, wie viele Likes das letzte Video hier hatte. Also wir haben 3-1 gewonnen hier. Warte mal, das letzte Video, was ich gebracht habe. Also die World League hat, boah, 159 Likes im Stand jetzt. Also Stand jetzt hier. Also heute ist es hier der, ja, ich nehme es hier gerade am Mittwoch auf. 2. November um 21.53 Uhr. Also 21.53 Uhr, Mittwoch, Freunde, der 2. November, 159 Likes. Aua, das ist einfach nur krank. Ich habe hier gerade an meiner rechten Hand hier mein Handy hier. Warte mal, Monatsbericht. Oha, oha, der könnte vielleicht abgehen. Wir bieten auf jeden Fall mal einen Vertrag an. Auch wenn er schon 17 Jahre alt ist, ist es okay. Äh, machen wir mal ein künftiger Stammspieler oder so. Und ja, so 159 Likes, 10 Dislikes, die World League, ey. Das hatte ich ja eigentlich schon vor. Wann hat ich das vor? So ein FIFA 16 Karrieremodus hatte ich das dann nicht schon vor. Also da habe ich ja mit Das Rom mal was gemacht. Hier war aber nicht so krass. Aber es hat mir auf jeden Fall auch mega Spaß gemacht mit Das Rom. Können wir vielleicht wieder bringen mit FIFA 17 hier. Aber erstmal habe ich keine neuen Projekte hier geplant. Wir haben momentan Fußballmanager. Wir haben World League als neues Projekt. Also zwei neue Projekte allein schon. Das ist einfach zu krank. Mehr will ich eigentlich auch nicht bringen hier. Also zwei Simulationen. Ja, zweimal Simulationen Karriere hier. Und einmal Fußballmanager und einmal World League. Und das reicht wirklich. Also vier Projekte. Und nochmal Karrieremodus Update. Aber da wird es glaube ich jetzt eine kleine Pause geben mit den Update Videos oder so. Das wäre einfach zu viel. Ich glaube eins muss ich glaube ich noch bringen. Ich bin gerade am überlegen. Mit Bayer Leverkusen wollte ich noch eins bringen glaube ich. Sonst habe ich ja gar keine mehr fertig glaube ich. Ich habe an einem Tag habe ich drei Updates gemacht oder vier glaube ich oder so. Ich weiß es nicht. Also mit PSG ist ja schon draußen. Mit Tottenham ist ja schon draußen. Wir müssen auch. Also fehlt eigentlich nur noch Leverkusen glaube ich. Mit Köln ist ja auch schon draußen. Stimmt in Köln hier. Schalke auch alles. Also fehlt nur noch glaube ich Leverkusen jetzt hier. Also wo es halt schon fertig ist. Wo alles schon geplant ist eigentlich. Aber muss ich nur noch ein Video dazu drehen Freunde. Und ja deswegen muss ich schauen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Kanal momentan. Also ich bin mega überrascht ey. Das ist einfach nur krank ey. Also boah 3000 Abonnenten. Das ist einfach nur mehr als krank. Ich habe, wisst ihr Freunde. Ich habe immer von 100 Abonnenten oder so geträumt. Das hat bei mir, wie lange hat es gedauert. Ich habe so mehr jetzt angefangen. Ja bis glaube ich. Ja bis Mai so. Also ja bis Mai glaube ich. So Anfang Mai oder Anfang Juni. Juni. Anfang Juni war das glaube ich. Anfang Juni oder Mai war das glaube ich. Ich glaube Juni ja. Also Anfang Juni müsste es gewesen sein. Ich glaube sogar 2. oder 3. Juni oder so. Haben wir die 100 Abonnenten geknackt. Und jetzt machen wir innerhalb von 1, 2 Tagen 100 Abonnenten. Oder sogar an einem Tag machen wir 100 Abonnenten. An einem Tag Freunde. Wenn das nicht krank ist ne. Dann weiß ich auch nicht. Ich habe früher 2 Monate gebraucht. Und jetzt einfach ein Tag. Also euer Support man merkt es richtig. Das ist einfach mehr als heftig. Also riesen Dank an euch auf jeden Fall. Die beste Community auf jeden Fall. Ich habe es nicht falsch ausgesprochen. Aber es ist egal. Also wir sind auf jeden Fall das beste Team hier. Ja. In YouTube. Ganz YouTube freuen auf jeden Fall. Ey das ist krass. Das ist einfach nur krass man. Riesen Dankeschön an euch. Also ich hatte eigentlich nie richtige Ziele in YouTube. Also muss ich einfach gesagt haben. Ich hatte eigentlich nie richtige Ziele. So 100 Abonnenten war eigentlich immer mein Ziel. Mehr wollte ich eigentlich wirklich gar nicht erreichen. So. Und dann habe ich schnell die 200 glaube ich erreicht auch. Ja okay. Ein Monat war das glaube ich sogar nur. Und dann ging es irgendwie richtig bergauf. Irgendwie. Das ist einfach so krank ey. Ja 3-1 hier. Oh mein Gott. Vielleicht noch 4-1. Vielleicht noch 4-1. Das ist aber auch krass. Auswärtsspiel. 4-1 gewinnt. Dann hat ich glaube ich auch noch nie gerannt. Und ja okay 3-1 ist eigentlich auch gut. Also meine Güte ey. Also was momentan hier auf YouTube abgeht bei uns. Das ist einfach nur krank. Also auf jeden Fall. Riesen Dankeschön sage ich immer wieder. Wir sind Erster. Nein. Boah. Ich glaube es gerade nicht ey. Nein. Das gibt es doch gar nicht. Ey. Ich fasse es gerade gar nicht ne. Ey Freunde. Das ist fake gerade ne. Das ist fake Freunde. Das ist fake. Das gibt es doch nicht. Wir sind einfach Erster. Ey. Ich könnte ja ausschlippen ne. Ich könnte jetzt wirklich ausschlippen. Boah. Ganz ruhig bleiben. Ganz ganz ruhig bleiben. Ey. Wenn das nicht krank ist. Dembele reicht auch noch die 86. Nein. Ey Jungs. Was geht hier gerade ab. Jungs. Was geht hier gerade ab. Wenn das nicht krank ist. Ey. Ich kann gerade nicht reden ne. Boah. Wir sind Erster. Ey. Was ein geiles Saisonfinale. Ja so. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger gehen das Saisonfinale. Vielleicht eine halbe Stunde. Keine Ahnung. Ich lasse mir auf jeden Fall viel Zeit Freunde. Ich lasse uns hier mal richtig viel Zeit hier. Weil vor allem. Die Videos sind ja momentan sehr kurz kann man sagen. So 10 bis. Ja okay nicht 10 Minuten. Aber so 15 bis 20 Minuten sind ja die meisten Videos hier jetzt. Aber. Ich habe auch nicht so viel Zeit muss ich sagen. Ich muss auch noch andere Videos aufnehmen. Aber ich mache jetzt auch gut nur an einem Tag. Nehme ich nur ein Video jetzt auf hier in der Woche. Also das ist jetzt mein erstes Video in der Woche das ich aufnehme eigentlich. Ja ich glaube ja das ist wirklich das erste Video oder? Ich bin gar nicht sicher. Nein. Wir haben gerade ein mega Talent abgelehnt. Ey. Nein mann. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ja okay der ist auch. Boah der sieht noch krasser aus. Oh mein Gott. Der sieht krasser aus. Den können wir gleich mal trainieren würde ich sagen. Ich weiß gar nicht wie viele Saisons wir noch hinter uns haben. Ich glaube noch 3 ne. Oder? Ich bin gerade nicht sicher. Ja 3. Auf jeden Fall 3 Saisons haben wir noch hinter uns glaube ich. Also es müsste glaube ich bis 2022, 2021. Also 2016, 2017 haben wir angefangen. Erste. 2017, 2018, zweite. 2019, 2020 ist die dritte. Also das ist jetzt die zweite jetzt hier. Das kann doch gar nicht sein oder? Ist das wirklich 2016, 2017, 2017, 2018? Ah ja es ist jetzt die dritte hier. Und dann nächstes Jahr die vierte. Also wir machen ja 6 Saisons eigentlich. Nächstes. Ah okay. Also nächste Folge dann. Ja die vierte dann. Boah. Da mache ich auf jeden Fall eine Woche Pause glaube ich dann. Ich mache eigentlich jetzt immer eine Woche Pause dann zu den Projekten. Das ist auch krass hier. Also wir haben dann vier Projekte. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich eins rausnehmen. Weil dann würde jede. Ja würde das Projekt da immer in einer Woche einmal kommen. Das wäre ein bisschen zu wenig finde. Ich finde so ein Projekt muss jede drei Tage wenn schon kommen. Also finde ich persönlich. Ich weiß nicht wie ihr das so findet. Ich finde so jede drei Tage. Naja das jeweilige Projekt wäre eigentlich perfekt. Finde ich persönlich so gesehen. Aber dann müsste ich auch. Ja jeden Tag fast Videos bringen eigentlich. Warte mal. Zum Beispiel. Ja jeden zweiten Tag. Wenn ich mich eigentlich los bringe dann. Ja auch nicht. Stimmt das geht auch nicht. Ja fuck ey. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss schauen wie ich es machen werde hier. Also vor allem wenn die Simulationskarrieren dann fertig sind. Da weiß ich auch nicht was ich machen werde. Ob ich eine neue Simulationkarriere dann starten werde. Vielleicht wenn schon eine neue. Also ich will nicht so viele Projekte hier haben. Da bin ich ganz ehrlich hier. Wir haben zwei Simulationskarrieren. Aber es macht mir auch mega Spaß muss ich sagen. Aber eine muss dann irgendwann weg. Also was heißt irgendwann. Also irgendwann sind ja beide fertig. Ja also zuerst in Leicester City glaube ich. Also kann ich mir nur so vorstellen eigentlich. Weil ja es ist ja nur noch drei Saisons vor uns hier. Also eigentlich beziehungsweise wir haben nur noch zwei Saisons glaube ich vor uns. Und mit Dynamo Dresden haben wir noch fünf Saisons vor uns glaube ich. Oder vier irgendwie sowas. Also fünf vier Saisons auf jeden Fall noch hier. Also da haben wir auf jeden Fall noch einen harten Weg. Ja da kommen wir auf jeden Fall noch einen harten. Ja ein harter Weg auf uns zu. Hier noch zwei drei Monate werden wir glaube ich noch auf YouTube da aktiv sein mit Dynamo Dresden. Ich glaube noch zwei Monate ungefähr. Und mit Leicester City müsste es glaube ich Ende November schon zu Ende sein hier. Also haben wir dann so zwei Monate eigentlich hier. Mit der Leicester City Simulationskarriere hier richtig mal YouTube hart drangenommen. Mein Spaß aber hat auf jeden Fall bisher mega Spaß gemacht muss ich sagen. Ah wer wird Meister? Chelsea oder Leicester City? Was glaubt ihr? Ey man Daumen drücken, Daumen drücken. Ich bin auch gerade überlegen ob ich dann irgendwann mal ein Spiel mache. Zum Beispiel hier im Champions League Finale oder so. Das wäre eigentlich auch mal was geiles oder was meint ihr? So ein Champions League Finale oder immer der letzte Spieltag oder so. Ich weiß es nicht. Also ich bin klar. Ich habe auch vorhin einen Stunden Special mal zu machen oder so. Also habe ich ja schon öfters erwähnt. Also ich muss schauen. Aber auch nur wenn ich Zeit habe und wenn ich Bock habe. Also wenn ich keinen Bock oder so habe. Weil es gibt es auch manche Tage wo ich einfach keinen Bock auf FIFA habe manchmal. Also glaube ich auch mal jeder eigentlich. Ich kann auch schon Verträge und alles machen. Hier warte mal. Ja, dann drehen wir. Haben wir das schon gemacht oder ist das? Ja okay, wir müssen das noch machen hier. Können wir jetzt eigentlich machen hier. Vor dem Spiel ein bisschen Spannung aufbauen hier. So, vier Jahre künftiger Stammspieler. Ah, ja, ja. Komm, komm, komm. 50.000 sporatischer Stammspieler. Ja, sporatischer Stammspieler. Wahrscheinlich sporatischer Stammspieler, oder? Wahrscheinlich, Freunde. Wahrscheinlich. Ich wollte auch noch was ansprechen. Ich habe es schon vergessen wieder. Ey, meine Güte. Kennt ihr das? Ihr vergesst. Ja, ich habe das eben in Gedanken gehabt. Aber ich habe es einfach vergessen. Ey, ich hasse das einfach. Ich hasse das einfach. So, vier Jahre. Künftiger Stammspieler. Ih, was ist das denn hier? Iverson, okay. Daniel Iverson hier. Künftiger Stammspieler. Alles hier. Künftige Stammspieler. Okazaki, was bist du? Rotationsspieler. Was? Das ist wichtiger Stammspieler eingetragen. Dann lassen wir das einfach mal so hier. Einfach als wichtiger Stammspieler eingetragen. Was ist das denn? Der müsste 19 sein, oder? Ja, perfekt getippt hier. Perfekt. Ich würde mal direkt so typisch gehen hier. So, künftiger Stammspieler. Carter. John Carter, oder was? Was labere ich denn da wieder? Hier, künftiger Stammspieler wieder. Meine Güte. Alles künftige Stammspieler, oder was? Wollt ihr mich flexen? Wollt ihr mich flexen wie Maxen? Was labere ich da wieder? Meine Güte. Was sind wir los hier, Jungs? So, noch null Jahre, zwei Monate hier. Wie viele auslaufen. Und das regt so auf. Hätte ich eigentlich jetzt cutten müssen, aber egal. Meine Güte. So, nächste Saison auch so. Oh mein Gott. So, auch so viele wieder. Ah, ja, 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 ja. So. Wollen wir auch mal eine Nationalmannschaft eigentlich machen? Das wäre auch nicht schlecht. Das ist die Simulationskarriere mit Nationalmannschaft. Ja, was heißt Simulationskarriere? Also, wir könnten so etwas machen. So die Qualifikation zum Beispiel simulieren nur. Und dann halt die WM dann spielen. Oder die EM spielen. Hätte ich auch mega Bock auf sowas. Gibt es auch noch nicht bisher. Also, solche Ideen wäre eigentlich auch nicht schlecht hier. Also, sowas könnten wir auf jeden Fall auch mal bringen. Aber erst, wenn eine Simulationskarriere dann zu Ende ist. Also, welcher Ball zu Ende sein wird lässt. Dass ich Ende des Monats oder so wieder ein neues Projekt vielleicht komme oder so. Wenn ich überhaupt Zeit habe. Das ist das Ding. Wir führen 3-1. Ja, kommt drauf an, wie Chelsea jetzt spielt. Wir müssen immer unten rechts schauen, ob die überhaupt spielen. Eigentlich spielen ja alle Mannschaften am gleichen Tag, ne? Ich weiß es hier nicht. Und 4-1. Der Müller trifft dreimal sogar. Was meint ihr? Sind wir Meister oder nicht? Gleich sehen wir es. 3-2-1. Und wir sind... Oh mein Gott. Nicht Meister. 3 Punkte. Wir haben uns haben 3 Punkte gefehlt. Ja, gegen den hat Chelsea geht auch gegen Southampton. Fuck, ey. Sogar auswärts. Hätten wir eigentlich Meister werden können. Ey, fuck, Freunde. Das gibt es doch einfach nicht, Mann. Ey, das ist jetzt wirklich ein bisschen traurig. Aber, ja, was soll man da machen einfach? Was soll man da einfach machen? Ja, also, klar, man ist enttäuscht. Aber, ja, Chelsea hat auch nicht so die heftige Mannschaft. Oder was meint ihr? Also, ich finde, unsere Mannschaft könnte sogar eigentlich besser sein als Chelsea. Ich weiß es einfach nicht. Also, guckt euch einfach mal unsere Mannschaft an hier. Ich glaube, die ist sogar jetzt schon besser als Chelsea's Mannschaft. Aber, ja, die haben ja Thibaut Courtois noch im Tour. Und das ist halt das Ding. Aber nächste Saison könnten wir meistert werden. Weil, ganz ehrlich, da haben wir den Torwart-Einstrum von Chelsea genommen. Und Chelsea ist eigentlich hier unser größter Konkurrent hier. Auf welchem... Alter, die werden so abkacken bestimmt nächste Saison, ja? Und dann will ich bleiben, oder was? Ja, okay, dann will ich irgendwie nicht bleiben, ja, der Okazaki. Ich möchte eine wichtige Rolle im Verein spielen. Kata, was willst du denn jetzt hier? Ey, okay, machen wir einfach mal hier. Was will er denn sein? Ja, meine Güte, der kriegt schon 1500 hier. Sporatischer Spieler. Mein Gott, Freunde. Was geht denn hier ab, Mensch? Allein schon heute, in der heutigen Fußballwettel ist es so, dass die Spieler schon mit 16, 17 oder so richtig viel Geld kriegen. Das ist einfach schon krank, ey. Zum Beispiel merkt Markus Rashford oder so, der kriegt auch schon mega Geld. Und der hat es erst mal abgelehnt, ne? Aber der hat ja schon ein bisschen bewiesen, was er kann, auf jeden Fall. Aber trotzdem, man muss erst mal konstante Leistung bringen, finde ich. Also so Jahr zu Jahr immer erst mal ein paar Jahre zeigen, was man drauf hat. Und dann so erst. Aber Rashford direkt hat er, glaube ich, 10 Spieler so gemacht, und fast sich das Spiel so betroffen kann sein, glaube ich. Aber, ja, aber verdienen, ja, was heißt verdienen? Ich weiß nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein heftiger Spieler. Spieler, oh mein Gott, Trainerstelle bei FC Chelsea? Die wollen die mich verarschen, Alter. Die wollen mich einfach als Trainer haben. Angebot ablegen, ihr könnt es vergessen, ey. Meine Güte, Chelsea, ey. Nur weil die... Aber die ist noch Meister geworden, ey. Die wollen die nächste Transferphase. Hört ihr mich verarschen, Jungs, ey. Das kann auch nicht wahr sein. Wir müssen auch gucken, hier, ob Spieler unzufrieden sind, ne? Also ich habe jetzt nichts gegen Markus Rashford oder so, Freunde. Aber das ist halt in der heutigen, ja... In der Fußballwettel ist halt so, dass man viel zu viel Geld ausgibt. Zum Beispiel hier Paul Pogba. Das ist einfach so krass, wie viel man für den, ausgeben hat, ne? Dreimal entwickelt. Warte mal, wir gucken uns das gleich mal mit der ganze Truhe an hier, die Entwicklung. Ey, er ist schon für Paul Pogba hier über 100 Millionen, ey. Teurer als Cristiano Ronaldo, ey. Wenn das nicht krank ist, also ich habe nichts gegen Markus Rashford, auf jeden Fall. Ich mag ihn ja eigentlich sehr. Aber das Heftigste an dem Typen war Markus Rashford, auf jeden Fall mega Respekt an ihn. Angeblich soll er ein Vertragsangebot, also Vertragsangebot erst mal abgelehnt haben von Jose Mourinho, also Jose Mourinho. Also irgendwie soll er irgendwie viel mehr Geld verdienen. Das hat er erst mal abgelehnt, aber dann musste er das irgendwie annehmen oder so. Keine Ahnung. Dann hat er es ja später irgendwie angenommen oder so. Irgendwie sowas habe ich gehört. Also wenn das stimmen sollte, wäre der Typ einfach nur krank, ey. Weil er ist schon mit 17 so viel Geld zu verdienen. Das ist einfach nur verrückt, ey. Das ist eine verrückte Fußballwelt einfach. Boah, das ist einfach nur krank, einfach. So früh schon so viel Geld zu verdienen. Ja, ich gönne ihm das, aber trotzdem, ja. Also so früh schon. Also die Spieler werden schon mit 17, 18 schon verrückt nach Geld und interessieren sich vielleicht gar nicht. Ja, was heißt, interessieren sich nicht mehr für Fußball. Also haben vielleicht nicht mal so ein großes Herz, haben keine Ahnung. Also ein bisschen komisch auf jeden Fall heutzutage. Heutzutage geht es allgemein immer mehr um Geld und fast alles kostet Geld auch. Muss man einfach gesagt haben, hier. Ist halt so. Hier, Markus Rashford, komm, Junge. Vielleicht schaffst du noch die 85. Also ich habe nichts gegen Markus Rashford. Wollte ich nur noch zum zehnten Mal hier erwähnen. Also nichts gegen Markus Rashford oder gegen Manchester United oder so. Und ja, wir machen einfach mal weiter hier, würde ich sagen. Ey, die Spieler entwickeln sich krass, ey. Das ist krank. Aber wir haben immer noch keinen Punkt, ne? Ey, wir haben immer noch keinen Punkt, ey. Wir brauchen ja viele Punkte, 10 Punkte, um hier diese Simulationskarriere zu gewinnen. Hier, mach ich mir gut, ey. Monatliches Scouting-Update wieder. Ja, nehmen wir ab. Spieler ablehnen. Spieler ablehnen. Spieler ablehnen. Na klar. So, und wir können auch ablehnen hier. So, und da, Angebot zurückgezogen. Also ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall bisher hier alles gefallen, diese 15 Folgen. Also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Hier muss ich einfach zugeben, hier. Und ja, gleich werde ich erstmal schön was trinken, ey. Ey, meine Stimme ist einfach kaputt gerade hier. Immer wenn ich aufnehme, ey, dann ist mein Mund immer so trocken. Ja, das ist einfach ein bisschen, ja, einfach ein bisschen scheiße, muss man sagen. Ja, aber, ja, da musst du ja was trinken hier schon hier. Die Folge ist ja eh gleich zu Ende hier 2019. Boah, das geht einfach so schnell, ne? Vor einem Monat erst. Das ist ja erst seit einem Monat draußen FIFA 17, ne? Das ist einfach nur krank, wie schnell die Zeit vergeht. Boah, dieses Jahr ging wieder mega schnell zu Ende. Wir haben ja schon fast 2017, ey. Ey, das ist krank, Mann. Die Zeit vergeht einfach wie im Flug, ey. Man muss einfach seine Kindheit immer genießen, ne? Das ist einfach nur krass, ey. Ihr müsst euch auf jeden Fall, also ihr müsst auf jeden Fall eure Kindheit und alles genießen, Freunde. Ganz ehrlich, also die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist krank einfach. Pogba, bester Torjäger hier. Wir haben ja gerade über ihn geredet, hier über den teuesten Transfer aller Zeiten. Also ich glaube, schon nächstes Jahr könnte der überbieten, ja, überboten werden oder überbietet werden. Kann ich mir schon vorstellen auf jeden Fall, dass schon nächstes Jahr vielleicht ein 130 Millionen Transfer kommt oder so. Keine Ahnung, vielleicht sogar für ein Sané oder keine Ahnung. Sané ist ja auch für 50 Millionen zu Man City gewechselt, auch übertrieben. Einfach krank, was in der heutigen Fußballwelt alles los ist hier. Also mit dem Kommerz und alles einfach nur krank, muss man einfach sagen. Hier, Saison beenden würde ich sagen. Also diese Saison hat mir auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht. Wurde leider nur zweiter Jahr. Ist ein bisschen schade, muss man einfach gesagt haben. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht hier. Ich glaube, die nächste Folge könnte sogar schon am Sonntag kommen. Also ich würde sagen Montag kommen. Montag oder Sonntag müsste die nächste Folge, glaube ich, kommen hier. Mit der Leicester City Simulation Karriere hier. Also letzte Folge haben wir sogar die 100 Likes gepackt, über 100 Likes. Also dafür wollte ich mich nochmal mega bei euch bedanken, Freunde. Und ja, Freunde, falls euch die... Stimmt, ich wollte noch was sagen. Wen sollen wir kaufen, ne? Das ist jetzt ganz wichtig. Welchen Spieler sollen wir kaufen, Freunde? Wir müssen erst mal gleich schauen, wie viel Geld wir haben. Ich zeige es euch auf jeden Fall mal gleich hier. Ich mache kurz einen Cut, würde ich sagen. Oder wollen wir warten? Ah, komm. Ja, komm, ich mache kurz einen Cut, Freunde. Sehen wir uns gleich wieder hier. Ähm, dann sehen wir uns gleich mal wieder hier, wie viel Geld wir gleich haben, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, wir haben auf jeden Fall 65 Millionen zur Verfügung. Ja, es ist nicht das krasseste Budget hier, aber trotzdem, man geht auf jeden Fall was. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, wo müssen wir uns überhaupt verstärken. Also ich finde, eigentlich brauchen wir keine nötige, also so richtig heftige Verstärkung, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Also schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare. Also gleich ist auch noch Courtois hier. Wir können ja ein Tag simulieren kurz. Da müsste Courtois schon da sein, jeder neue Keeper hier. Also wir müssen eigentlich gleich ankommen hier, ne? Am zweiten oder am dritten ist das immer, glaube ich, oder? Wir müssen euch mal schauen, weiter zu einladen. Komm, wir nehmen das einfach mal an, wir nehmen das einfach mal an hier. Wir nehmen auch hier das heftigste. American Challenge Cup FC Bayern München war unter anderem hier dabei, glaube ich. Und ja, wir müssen mal schauen jetzt hier. Ist Courtois da? Ja, Spieler mit Vorvertrags angekommen. Tibor Courtois ist jetzt, ja, effektiv hier. Meine Güte, mal schauen hier, wie heftig der ist. Also wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, eine 90er Gesamtbewertung haben, ne? Ja, mindestens, oder? Ja, 92, boah. Der wird auf jeden Fall abgenehm. Wie alt, 27, 1,99 groß. Also guckt euch jetzt die Mannschaft an. Heftig, heftig, heftig. Guckt euch das mal an, Alter. 85, 85er Gesamtbewertung, 82, 83, 92er Keeper, 86, 83, 88, 84, 84, 86 und nochmal 86. Also der schlechteste Spieler aus der Startelf ist einfach Ginter mit der 82, ey. Boah, und der älteste ist, glaube ich, Courtois mit 27, ne? Einfach nur der älteste Spieler aus der Startelf ist 27 Jahre alt. 27 Jahre alt. T-Boot, Courtois und das ist sogar leider Keeper. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Einfach nur krank, also. Nochmal ein riesen Dankeschön an euch für die 3000 Abonnenten, für euren, ja, einfach für euren krasses Support. Einfach danke für alles, Freunde. Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao. Ciao.